Du dachtest, das Schlimmste wäre vorbei. Du dachtest, das Biest wäre tot. Aber der Albtraum hat gerade erst begonnen. Von den Machern von Ginger Snaps kommt das nächste Kapitel, mit dem eine der schrecklichsten Wehrwolf-Geschichten seine Fortsetzung findet. Du bist nicht allein. In einer Welt ewiger Finsternis Wenn sie mich hier behalten, dann werden Menschen sterben. Wartet er. Was ist das da draußen? Er will sich mit mir paaren. Wie soll man ihm entkommen? Wie komme ich hier raus? Er hat mich gefunden. Wenn man das Böse Du weißt, dass du dich veränderst. im Blut hat. Ich bin wieder zurück in die Finsternis! Was geht hier ab? Das ist wirklich geschehen. An eurer Stelle würde ich da nicht rausgehen. Ginger Snaps 2 Entfesselt Ich habe gerade was ganz Abgefahrenes gesehen. Und da ist bis über 7.000� Wasser Hier ist ein